Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends mit mir, Esedari und Razamun. Ja, mal Alter, die anderen auch vorstellen, komm. Ja, und Niki, aka Kangen, Bluffelpanda, aka Bane und Vibrador, ein Spanier. Vibrador! Und aus dem Gegnerteam ist Guy. Den Rest ist irgendwer. Ja, wir haben Ezreal, Asona, Maisa, Shen, Nidalee gegen Six, Lee Sin, Lux, Nidalee und Ash. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Ich lasse immer jemand anders die Ansage machen. Dann bin ich da raus. Man sollte hinzufügen, dass es ein Arab ist. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Abam, oder? Ja, Abam, aber trotzdem. Ein Arab, oder? Wir spielen halt auf Proving Thrones und wir konnten Champions picken, die wir wollten. Ja, aber die Leute, die das Video gucken, die wissen das ja, weil das steht ja im Titel schon drin, dass es Abam ist. Abam, nicht Aram und es ist nicht falsch geschrieben. Ich stand echt unter meinem Video drunter. Warum schreibst du ein Abam? Das soll bestimmt Aram heißen. Nein! Tut es nicht. Tut es doch! AP Shen, wie spielt man nochmal AP Shen? Ich habe Bock auf Savage, die ist geil. Weil ich gerade erst auf die Ghosted, mein Gott. Immer diese Vibrador. Vibrador? Was hat er gemacht? Er hat Ghosted. Oh, er hat Potion. Oh mein Gott, was haben wir da für ein Kerl dabei? Irgendein Vibrador. Fluffy, Panda. Fluffy, Panda. Aua. Ich bin auch nur neidisch. Fluffy, Panda. Eigentlich schon. Sehr gut. Wow. Das war der Fluffy. Ah, nee, das war die Vicky. Okay. 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 Du wirst neidisch, aber. Ja? Wieso? Ja, nee, weil ich es von vorhin gewohnt habe. Ich bin von vorhin gewohnt, dass ich die Mitchell halten, als er spielt. Deswegen habe ich mich vom Dot immer fern gehalten. So, hast du ein Gegenmittelstück gespielt, glaube ich? Ja, und der hat ganz schön ein paar Schaden gemacht, irgendwie mit 1000 AP. Vielleicht kommt der Lee's hin und gleich schütt nochmal so rein wie gerade. Nee, Lee ist gar nicht gestorben. Lux ist gestorben. Ja, trotzdem war es schlecht reingestürmt. Aua. Schlecht ausgewichen. Gar nicht ausgewichen, würde ich sagen. Ich schmeiße ihn auch mit allem möglichen Zeug auf uns, oder? Ja. Hat er gesteilt. Genau gesehen. Nee, der wäre nicht kaputt gegangen. Ich war nur noch auf die Lux-Ulti gleich. Achso, soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir wohl hier. Haha, der hat meinen Dot abgekriegt. Wieso willst du das nicht haben? Jetzt geht er runter, ey Arsch. Ich wusste halt genau wann das kommt. Ja, das weiß jeder, bei 3 Minuten 15. Nee, 3 Minuten 10. 3 Minuten 10. Bei mir war schon 3 Minuten 15, als es kam. Ich weiß nicht, wenn ihr so einen lahmen Rechner habt. Nein. Ich hab mich nicht verraten. Da müssen die Trachtung nicht modern. Ich habe mich fast. Hosmer mich. Kann mich nicht in der Talen probieren. Was ist der Fly? Kanieren Sie mir? Wieso? Ich hab mir geöffnet. Ich bin echt geöffnet. Ich habe ihn nicht vor Litiskulieren. Ich hab mich nicht nur noch relativ, ... ... ... ... ... ... ... Vibrador Die 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 Das Zerschreckt wie hier was die einen Schaden machen Na du weichst ja auch so gar nicht aus Dooooch Nee, du bleibst einfach nur stehen Sonst wäre ich schon lange tot, wenn ich nicht ausweichen würde Du bist ja auch die ganze Zeit so knapp mit oben Doch, jetzt hab ich ulti, jetzt alles gut Wieso hab ich eigentlich Flash mitgenommen? Wer macht denn sowas? Komm schon gleich Lux-Ulti oder sowas Lux ist tot Achso, dann kommt keine Lux-Ulti Kommt halt Six-Ulti Geht schon raus Können wir alle schön mal in dem Heal-Pod weggehen Dann hol ich mir aber, okay, dann hol ich schon Wieso? Oh, warum gehst du denn hier durch? Möcht ich mich ja sehen, ne? Das war deine Absicht R S Hidrador Da ist ein Ward drin oder sowas, ne? Ward sucht Bogen Kraus Versuch mal ein Ward zu kaufen, Alex Was? Gebet hier nicht Du sagst das in Ward drin oder? Es gibt ja keine Ward zu Hamster Nein Gott! Wir müssen doch nicht alles glauben hier Ops! die menschle we alle voll konzentriert sind ommm ommm Let Achso, wir spielen schon wieder gegen Wotts, ne? Sieht nur so aus, als könnten wir irgendwas Aua Du weißt aus Ich bin jetzt nicht reingerannt, weil der eine vor mir weggegangen ist Das war Absicht Oh Sky, spring doch mal her jetzt Alter Ich kann übrigens am Laptop kein Rollen mehr spielen, Niki, ne? Ich kriege immer Maestro-Feder Seit dem komischen Head-On da Oder, beziehungsweise, wenn ich mal raus-switche auf dem Game und wieder rein-switche Ich schütze das Game ab und ich komme nicht mehr rein Nein! Vielleicht 5, dann wird es schneller bearbeitet Äh, mein Ticket wurde ganz schnell bearbeitet Einen Tag und danach habe ich Satisfactionen geprüft Ach, schade, warum bist du nicht reingerannt? Ach, hey, Affe Ja, ja, Gegner getötet, ihr wurdet getötet Ja, ja, Gegner getötet, ihr wurdet getötet Dieser Lee, spring doch mal rein mit vollem Leben und dann ist er fast tot Kai halt Ja, ja Ich schopfe Ups Ja, echt schopfe Ich schopfe die Medich sch保f ich CS Ja, nehm. um ich heute sehr ruhig konzentration amort Wir zählen die Sperre, die du fängst, und die niederlädt, die nimmt alles mit. Ja, was sonst? Was sonst, ne? Ja. Was denn für ne Ulti? Wird Vibrator. Ein Gegner wurde getötet. Loll, die Dumme da so rein zu springen, echt jetzt. Sky. Boah, ist der jetzt auch so ein Trollboy, wie der Rico, oder was? Äh, ne, aber im Ahram, im Ahram geht das doch. Weil doch ein Ahram. Hör auf! Okay. Nein! Nein, hat er überlebt, ey. Du weißt doch, Maha ist so OP im Ahram. Ja. Alex, bin ich auch gerade. Ja, hab ich ja gesehen, deswegen. So richtig, ja. Ich denke, bei ner Ulti, wie viel gibst du denn? 600. Alex, willst du mal reinlaufen? Nee, lass mal. Ich kann mich beherrschen, die laufen nicht rein. Und aufhaltbar. Ja, aber Niki, die uns sowieso das ganze Game. Ich tryhardet hier immer. Ich tryhardet hier immer. Ich tryhardet hier immer. Du hast ja auch schon die Kappe. Ich darf da halt einkaufen gehen. Kann man mir einkaufen gehen? Dann hab ich halt die Kappe. Oh, kaputt. Ich tryhardet hier, oder was? Ja. Oh, Niki, wenn der irgendwann mal gefragt wirst, ob du Einfälle für neue Skins hast, ne? Warte, was? Irgendwann nochmal, wenn der irgendwann mal gefragt wirst, oder die Chance dazu hast, sich dazu zu äußern. Ich kann jederzeit welche einschicken. Richtig gut. Ich denke mich die ganze Zeit an den obdachlosen Trager, der mit brennenden Mülltonnen schmeißt. Ja. Ja, das geben wir nie aus dem Kopf. Die Vorstellung ist einfach so gut. Nee, die Trager? Nee, obdachlosen Trager, der mit brennenden Mülltonnen schmeißt. Oh, schade. Die ist grad noch weggekommen. Die Schnurr die Niederle. Ja. Nein. Nein. Wie, du wärst nicht gestorben? Nope. Frechheit. Oh, schade. Wer macht mehr Schaden? Oh, Vibrador. Was macht der Sky denn da? Der legt sich mit mir an. Hehehe. Alex, holst du dir auch immer 2x KG? Was hol ich mehr? Ich geh mal neben 6er. Items. 6er Items? Was willst du von mir? 2x KG. Glückst du euch. Gold per 5 Items. Du sollst ja. 2x Vollstabte. Den bringen wir nicht, Mann. Ich hab 2x Holt. Oh, klau doch nicht alle Kills, Kenny. Kenny, Kenny ist gut. Hehehe. Der Sky, der Sky schon wieder. Wenn ich nur noch reinspringen muss, dann wäre er wieder tot gewesen. Wenn ich nur noch reinspringen muss, dann wäre er wieder tot gewesen. Der Alex, bist du überhaupt noch am streamen ab und an? Nee, stream gar nicht. Komm mir nicht zu. So. Keine Zeit zu. Nein! Die Niki ist schon legendär. Er ist schon durch. Irgendwie nun. Nein, nein. Blut raus. Lass mal Baron machen. Ich bin lieber für die Schmerzen. Der müsste irgendwo hier sein, oder? Die Spinne, meinst du die hier oben, die da? Ja, die da. Reist dann. Oh, Shent kommt. Shent kommt zum Lauf. Naja, nie wohl zu sterben. Eindeutig. Als ob sie noch nicht genug gestorben ist. Scheinbar wolltest du noch ein bisschen öfter sterben. Heal! Aber ich find's so cool. Nee, dann die, die heilten mich die ganze Zeit. Ja, die halten uns alle. Ja, ich glaub, ich muss mich immer selber heilen. Held am Meer. Willst du dich denn so aggressiv selbst heilen? Haha. Immer von den anderen Vicky. Tricker, oder? Tricker, oder? Ja, wenn ich andere richtig aufhört. Ja klar, ich mach den fast fertig und du machst dann eben mal kurz und dann... Ja klar, ich mach den fast fertig und du machst dann eben mal kurz und dann... Ja, du musst doch mal sterben einfach. Nö. Hier genug tun gibst du dir nicht, ne? Ne. Ich sterbe nur dann, wenn ich's will. Mhm. Jo, was hast du denn? 6.000. Das liegt ja noch, ne? Ja. Ja. Du warst schon einmal zurück, du hast dir schon die Mütze gekauft, das muss reichen. Ja. Ja. Du hast ja schon mal einen Reset. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ich hab gerade in den Arsch gerüttet. Das war's, denke ich. Ich denke wir haben gewonnen. Vielleicht hätte ich hier nicht beenden. Achso, aber nicht beenden, okay. Wird schwer sein. Ja, die grübschen schon zu stark. Jawoll, die haben wir doch gekillt. Gewonnen. Tschüss. Tschüss.